In einer Welt, die von technologischen Fortschritten und einer wachsenden Nachfrage nach digitalen Transaktionen geprägt ist, entstand ein revolutionäres Konzept namens Kryptowährung. Alles begann mit der Schaffung von Bitcoin, der ersten dezentralen digitalen Währung, die Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Zwischenhändler ermöglichen sollte. Langsam aber stetig gewann die Idee der Kryptowährungen an Bedeutung und beflügelte die Fantasie von Menschen, die finanzielle Unabhängigkeit und ein dezentrales Wirtschaftssystem anstrebten. Als immer mehr Menschen dieses neuartige Konzept annahmen, blühten alternative Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple und Litecoin auf, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften und potenziellen Anwendungen. Für Kryptowährungen war es jedoch kein einfacher Weg. Sie waren mit Skepsis, regulatorischen Herausforderungen und häufigen Marktschwankungen konfrontiert, die bei den Anlegern sowohl Aufregung als auch Besorgnis hervorriefen. Aber Kryptowährungsbegeisterte ließen sich nicht beirren und sahen Potenzial über die vorübergehenden Rückschläge hinaus. Sie glaubten, dass diese Technologie die Finanzlandschaft neu definieren und Transparenz, Sicherheit und Effizienz bieten könnte. Im Laufe der Zeit erlangte die diesen digitalen Währungen zugrunde liegende Technologie, bekannt als Blockchain, zunehmend Anerkennung und Akzeptanz in verschiedenen Branchen. Seine dezentrale und unveränderliche Natur inspirierte die Entwicklung unzähliger Blockchain-basierter Anwendungen über das Finanzwesen hinaus, wie zum Beispiel Lieferkettenmanagement, Abstimmungssysteme und sogar intelligente Verträge. Gemeinsam ebneten Kryptowährungen und Blockchain den Weg für eine neue Ära der Innovation und finanziellen Inklusion. Sie gaben den Menschen die Möglichkeit, traditionelle Finanzinstitute zu umgehen, demokratisierten den Zugang zu Finanzdienstleistungen und stärkten die Bevölkerung ohne Bankkonto. Darüber hinaus hat der Einfluss von Kryptowährungen Grenzen überschritten und eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit geboten, Gelder weltweit zu überweisen. Es beseitigte Barrieren und ermöglichte es den Menschen, an der Weltwirtschaft teilzunehmen, ohne durch geografische Beschränkungen oder exorbitante Transaktionsgebühren behindert zu werden. Trotz der Herausforderungen und Kontroversen ist die Geschichte der Kryptowährungen eine Geschichte der Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und unendlichen Möglichkeiten. Es stellt das kontinuierliche Streben nach einem integrativeren, effizienteren und dezentraleren Finanzsystem dar, das das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir wirtschaftlich interagieren, neu zu gestalten. Und so entwickelt sich die Geschichte der Kryptowährungen weiter, angetrieben von dem unermüdlichen Streben nach Innovation, Akzeptanz und dem Glauben an die Macht dezentraler Technologien, die Welt, in der wir leben, zu verändern. Untertitelung des ZDF, 2020